hallo ihr müsst jetzt schon mal Diplompsychologe, Dating-Coach und so weiter und bis heute Abend 24 Uhr gibt es noch meinen Code Blackbeak25 heute mal wieder eine Dating-Mail könnt ihr auch für die Dating-Kurse und die Polaritätskurse einsetzen und wir gehen mal direkt rein von Polopolic und er schreibt lieber Christian deine Videos schaue ich schon seit ein paar Jahren und habe auch bereits ein paar deiner Kurse absolviert zum Beispiel den Dating-Kurs für Männer und die Selbstliebe-Challenge deine Arbeit finde ich wirklich super man lernt so viel man kann sich weiterentwickeln und weiß immer besser wie man zwischen menschlichen Situationen bestmöglich begegnen kann vor allem auch beim Dating und danke für deinen fundierten Gratis-Content auf YouTube danke dir von Herzen aber ja erst die Kurse bringen dann wirklich voran steht hier so ich kann es nicht ändern und sie sind der Tat sehr preiswert wie du zurecht betont zu uns in meiner Situation ich bin männlich und Anfang 40 da wie man betont dass man sich sklavisch an deinen Dating-Kurse halten soll habe ich deinen Dating-Kurs für Männer noch einmal durchgearbeitet das ist auch was ich sehr empfehle eigentlich ich sage das selten ich würde mir diese wirklich zentralen Sachen die würde ich mir wirklich mindestens dreimal reinziehen weil man immer wieder Details vergisst ne und gerade so dieses wirklich sich auch an die Details zu halten macht auf euch den Unterschied ne so in meiner derzeitigen Situation komme ich trotz sklavischer Anwendung deines Dating-Kurses an meine Grenzen ja dafür machen wir die Videos hier ne weiß einfach nicht genau wie ich mich verhalten soll wenn ich in meiner Polarität bleiben aber dennoch freundlich sein möchte die Dame Mitte 30 habe ich zwar beim Online-Dating getrennt und kennengelernt ja es ist halt die Realität heutzutage ne ich würde euch trotzdem immer raten auch auf Offline-Dating zu setzen oder mehr Energie da reinzugeben aber ja trotzdem lässt man es vielleicht nebenbei laufen ja keine Ahnung ist halt so doch wir haben uns aber zügig persönlich getroffen die ersten zwei Dates liefen gut wir haben zwischendurch nur wenig geschrieben wie du es empfiehlst und ich habe jedes mal laser fokussiert das Date klar gemacht und gute Vorschläge unterbreitet die sie entweder angenommen hat oder wir haben nach ihrem Veto etwas anderes schönes unternommen nach den Dates hatten hatte sie sich jeweils zuerst gemeldet so dass ich dachte alles gut soweit ja hört sich auch gut an der Datingkurs Trichtfrüchte nun zur Herausforderung bereits während des zweiten Dates habe ich versucht langsam zu polarisieren wie du sagst also vermute mal körperlich zu werden habe mich langsam körperlich angenähert und natürlich geschaut ob es auch von ihr entsprechende Signale kommen habe sie mal wenn es gepasst hat an der Schulter berührt und geschaut wie die Reaktion ausfällt beim dritten Date erzählte sie mir dann von sich aus dass sie viel Zeit brauche beim Dating wegen krasser negative Erfahrungen aus der Vergangenheit ja es kann natürlich absolut sein sie teilte mit dass ich wahrscheinlich merke dass sie mich auf Distanz hält sie fühlt sich jedoch wohl bei mir habe auch ein gutes Bauchgefühl und wollen mich weiter daten so war es dann auch die Dates ging weiter und sie hält mich sie hält mich körperlich merklich auf Distanz die Dates fühlen sich an wie freundschaftliche treffen das ist natürlich nicht so gut was jetzt tun mich körperlich anzunähern möchte ich irgendwie nicht da sie ja explizit angesprochen hat dass sie mehr Zeit braucht jetzt hatten wir schon sechs Dates und es ist natürlich keinen Kuss gefallen ja ja also okay wie soll ich das jetzt mal politisch korrekt sagen also ist natürlich völlig in Ordnung dass die Frau für sich sorgt in ihrer eigenen Selbstliebe ist und sagt ja ich brauche das nun mal so wissen nicht was sie erfahren hat wir wissen nicht was für Regeln sie für sich aufgestellt hat sie gutes recht und du kannst mitmachen oder du kannst es halt lassen so der Grund warum ich sage man soll eigentlich am besten schon auf dem ersten Date oder spätestens auf dem zweiten oder aller spätestens auf dem dritten Date mal Vorstoß wagen was du aber gemacht hast alles gut ist dass das wie so eine Art Test ist also und wenn dieser Test fehlschlägt und der ist bei dir quasi fehlgeschlagen dann heißt das entweder die Frau findet eigentlich interessant das scheint aber ja also verneint sie ja oder die Frau hatten soll ich das jetzt mal sagen Englisch schon sagen die mal structured also ist irgendwie strukturiert das heißt ein bisschen so nicht dass da irgendein Fehler dran wäre aber hat so Themen Themen sie es irgendwie kompliziert machen sagen wir es mal so irgendwie wo jetzt nichts falsch dran sein muss aber wo man sich vielleicht sagt okay bin ich jetzt jemand der jemand der sehr kompliziertes handeln kann und dann ich denke jetzt nach sechs Dates bist du an diesem Punkt angekommen wo du sagst nee das kann ich nicht handeln sowas kann ich nicht handeln weil es nervt mich geht immer mehr in Freundschaftsrichtung ich investiere jetzt halt irgendwas was nicht vorangeht dann und viele Plus Pole haben also war ich früher auch haben das Gefühl sie können alles handeln können sie aber nicht weil dann sind sie doch irgendwann genervt deswegen sage ich immer so die drei Date ich meine ich muss ich was wenn wieder viele geschockt sein aber ich habe eigentlich immer wenn ich gedatet habe einfach eigentlich auf dem ersten Date schon geguckt kriege ich noch irgendwie einen Kurs oder einen Abschiedskurs und wenn also natürlich nicht wenn die Zeichen jetzt gar nicht da waren aber sozusagen habt und habe damit für mich also für mich gecheckt okay ist da jetzt genug Attraktivität auf beiden Seiten da und auch genug Unkompliziertheit aber ist nur meine Meinung ne aber die würde ich auch vielen Männern so ans Herz legen glaube ich genug Unkompliziertheit da dass ich da weiter Zeit investieren will so jetzt würde ich auch mit mir auch habe ich wahrscheinlich auch mal gemacht diskutieren lassen dass es natürlich beim zweiten oder dritten Date auch in Ordnung sein kann aber ganz ehrlich in meinem dritten Date kein Kuss gefallen ist und du und es liegt nicht an dir du hast den Mut und die Frau hat aber was weiß ich was sie dann immer machen dreht entweder das Gesicht weg oder merkst einfach das ist überhaupt nicht dran oder sie sagt sogar ich möchte das nicht da muss man das akzeptieren natürlich aber ja dann würde ich für mich es geht ja immer nur ein eigenes Koordinatensystem zu bilden da würde ich für mich sagen da habe ich keinen Bock drauf es ist mir zu kompliziert ich bin selber man kann auch sagen ich bin selber ein komplizierter Mensch was soll jetzt noch jemand kompliziertes dazukommen und ich bin da eigentlich ganz gut mit gefahren sag ich mal ne und wie gesagt also ich kenne amerikanische Datingcoaches sind da noch die sagen wirklich ist erste Date kein Kuss gefallen ist ja was das ne Energie wo also nicht dass das irgendwas jemand böse ist oder irgendwas falsch gelaufen ist sondern wie gesagt ich würde auch sagen zweite oder dritte Date aber ganz ehrlich es ist ja nicht dein Problem dass sie da nicht weiter kommt ist sie halt so ne und vielleicht gibt es jemand der auch genau so ein Tempo hat und genauso langsam daten möchte und dann soll sie doch den daten ne jetzt kannst du natürlich für dich entscheiden ja was soll's wir haben netten Abend und schlimmstenfalls wird es halt eine Freundschaft also ist deine Entscheidung ob du was weitermachen willst oder nicht aber also ich für mich wenn ich jetzt wieder daten würde oder wie ich das früher gehandhabt habe als ich mein eigenes wissen meine eigenen erkenntnisse angewendet habe sage ich mal also ich hätte spätestens auf der zwei oder drei jetzt nicht muss da ja auch nicht so einen Zwang draus machen wenn es am ersten Date keinen Kuss gibt okay aber wenn dann das zweite genauso läuft würde ich mich auf jeden Fall zurückziehen und wird ja man muss ja jetzt auch nicht ein Riesengespräch machen oder so würde glaube ich sagen würde auch gar keine Energie mal reinstecken und dann wird die Frau ja auch merken okay entweder es geht jetzt hier weiter oder das läuft auseinander und dann kann sie für sich eine Entscheidung treffen so aber so würde ich das nicht lustig fröhlich weitermachen so ne wie fällt man sich richtig wenn dann die Frau Ausdrücke auf Distanz hält ja wie gesagt sie darf das aber du musst das nicht akzeptieren musst du es natürlich aber du musst das nicht mitmachen du kannst auch jemand anders daten ne äh was würde James Bond machen naja James Bond da sehen wir ja wie es läuft ähm ich meine klar der wenn du natürlich super hohen Marktwert hast äh sind die Dinge manchmal auch anders gelagert irgendwie aber James Bond hätte natürlich der hat keine Zeit für sechs Dates der hat ein Date und da passiert dann irgendwas und dann muss da nächsten Tag ist er schon im nächsten Land du musst die Welt wieder retten von daher genau das würde über dem gar nicht passieren ne ähm er würde wahrscheinlich immer wieder probieren mit ne 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 der würde nicht immer wieder probieren mit Küssen der würde ein Gentleman voll ein polarer Mann äh akzeptiert die Grenze und macht sich aber seiner macht sich seinen eigenen Reim draus ne natürlich würde das nicht immer wieder versuchen das das wäre die Grenzen der Frau nicht respektieren ne das wir auf gar keinen Fall machen oder sonst einfach an eine andere Date genau das würde er glaube ich machen die Red Pill Community würde wohl sagen Frauen machen Regeln für Betas und brechen sie für Alphas ach das sind alles diese Sprüche die jetzt nicht hundertprozentig falsch sind aber immer sehr auf die Spitze getrieben sehr nähe von diesem ganzen Frust äh der Red Pill Community getragen die irgendwie nicht zum Zug kommen oder weiß ich nicht äh also der Satz ist nicht ganz falsch aber ich kann dir sagen es gibt Frauen wie macht man da mit einer blöden Vergangenheit die sind so wie deine Freundin jetzt und die würden auch ein Alpha nicht schneller die würden Alpha vielleicht gar nicht daten weil der dann viel zu also also so ein Alpha im Sinne von jemand der das ist ja nicht unbedingt jemand Alpha aber ein Mann der so ganz viel Tempo macht würden die gar nicht daten wollen ne also und das ist ja nicht was wir wollen ich sag ja also ich möchte ja auf Augenhöhe beide Partner sollen das bekommen was sie haben wollen und es geht nicht um dass einer sich durchsetzt so ne also deswegen kannst du nicht einfach da hingehen und kannst sagen ich versuche es jetzt immer wieder zu küssen so ne nur es kann irgendwie auch nicht sein dass sie an oder dass der der weniger sich fühlt immer durchsetzt das kann irgendwie auch nicht sein also sie muss sich irgendwie mal bewegen aber ich würde so ein Gespräch nicht führen das ist ein Irrsinnsgespräch irgendwie ich würde einfach mich zurückziehen und dann wird sie ja schon merken ähm also auch sie muss verstehen dass sie die Regeln auch nicht machen kann so weil du kannst nicht jemanden daten der man daten geht es um körperlich werden du kannst nicht jemanden dauerhaft daten und dann sagen ich will aber nicht körperlich werden so ne da da wird sie sich einseitig durchsetzen das geht auch nicht ne ne also bis hierhin kann ich nur also ich könnte mir genauso passieren wie dir wenn du dann eine Frau datest mit vielen äh sehr structured ist wie die irgendwie dann sagen also vielen Regeln die sie aus guten Gründen ausgestellt haben wie gesagt wir müssen das gar nicht bewerten wir müssen das gar nicht diskutieren kann kommen sie aus tausend Gründen ähm kann das für sie richtig sein müssen wir akzeptieren ähm aber ja das hat mit Alpha Beta gar nichts zu tun also ich kann jetzt so würde ich sagen hast du bis hierhin alles richtig gemacht nur die Frau ist jetzt so das limitierende Element ne äh es kann natürlich man kann natürlich immer noch polarer sein aber ich kann hier nichts Falsches entdecken ne ähm so würde ich mich eigentlich nicht sehen ne ich sehe ich auch nicht so ich bin beruflich erfolgreich sportlich fit und arbeite stetig an mir also ich würde mich wegen einer Frau die die jetzt einfach nicht so richtig mitmacht und eigentlich wie gesagt sie meldet sich ja sie meldet sich ja also es ist ja nicht so dass also wegen einer Frau wo es irgendwie nicht gut läuft ich kann da Gedanken machen und mit dir irgendwas nicht stimmen so ne ähm da ich deinen Datingkurs gut durchgearbeitet habe versuche ich auf jeden Fall in meinem Verhalten laid back zu sein ja das das deswegen hast du auch mehrere Dates mit ihr weil du überlatschst ihre Grenzen nicht du respektierst sie und das das find sie gut und deswegen date sie dich weiter trotzdem äh muss also gerade so als womöglich ex plus wohl was ja viele Männer bei mir sind ähm musst du natürlich äh auch auf dich gucken musst du überlegen ist das noch so mein Game und also ganz ehrlich also sechs wenn nach sechs Dates ist nicht wofür datet man denn nicht dass jemand umsonst Abendessen kriegt oder so sondern äh man date daten ist ein Vorspiel für Sex sorry das ist so ne äh Hangout have fun hook up ne und äh und wenn das aber da nicht hingeht ja dann ist dann werde ich dir irgendwann ich meine das ist vielleicht sowieso schon der Punkt überschritten ähm wird es irgendwann in der in der Friendzone landen hundertprozentig irgendwie ne äh du sagst ja dass mehr Kontaktaufnahmen von der Frau ausgehen sollen wenn es zäh läuft und hier hat sie ja noch bewusst die Handbremse eingelegt ne sie meldet sich doch immer nach dem Date und dann machst du das nächste Date aus ne ich denke auch dass mehr von ihr ausgehen sollte und warte immer mehr warte immer dass sie zuerst schreibt was sie bisher tut ja weil sie sowieso zu wenig macht und das ist auch völlig richtig wie du was ihr Handhabst und wie gesagt das ist auch vielleicht jetzt hier nicht alles stundenlang alles mal im Datingkurs also das ganze Thema Kontakt und Kommunikation ist auch mehr in der femininen Polarität ähm äh so auf keinen Fall möchte ich hinterherlaufen was sagst du zu meinem bisherigen Verhalten was wäre der polarste Königsweg in einer so einer Situation ich möchte ihr am Ball bleiben da ich sie als Girlfriend Material einschätze also was ich weiß wo viele einen Fehler mitmachen dass sie denken habe ich auch ganz lange gemacht dass sie denken sie könnten irgendwas handeln was sie aber nicht handeln können so und das kann sein äh respektloses Verhalten oder oder äh Krümelverhalten ähm und ähm ja also von daher dass du äh ich würde eine Frau die mich nach Sexdates nicht geküsst hat würde ich gar keinen Fall als Girlfriend in diesem Sinne sehen wir uns bald wieder tschau ihr Lieben mit dem mit dem mit dem mit dem